Nun ist es endlich soweit. Autofans haben schon lange darauf gewartet. Die Präsentation des neuen Audi A5 Cabriolets. Auf einer Pressekonferenz zur Vorstellung des Bauvorhabens des neuen Audi Zentrums auf der Hanauer Landstraße in Frankfurt wurde den Pressevertretern dann zudem der A5 Cabriolet vorgestellt. Vergeisterung findet der Wagen nicht nur beim Publikum, auch die Audi Mitarbeiter fühlen sich sichtlich wohl im sportlichen Ambiente. Das erste Cabrio auf der A5 Basis, der alte A4 ist ausgelaufen und der sportliche dynamische A5 Coupé gibt es ab Freitag als Cabrio. Das Auto hat 211 PS mit einem Sechsganggetriebe und einem Durchschnittsverbrauch von 6,8 Liter. Dass der Wagen auch trotz Wirtschaftskrise in Deutschland seine Abnehmer findet, da ist man bei Audi recht zuversichtlich. Wir denken, wir haben sehr viele Kunden auch im Bereich A4 Cabrio, die das Fahrzeug, die auch gespannt drauf sind, in dem normalen Wechselintervall sich für ein neues Auto zu entscheiden. Wir denken schon, dass die Kunden hier in Frankfurt sehr interessiert sind an dem Fahrzeug und wir viele Freunde für das Auto finden können. Nun ist es abzuwarten, bis die ersten A5 Cabriolis über die Straße rollen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017